Wir sind ganz schön durch und geben trotzdem alles. Wir haben genau sechs Stunden Zeit für dich, Heilbronn. Zeig dich von deiner besten Seite. Was ist denn das erste, woran du denkst, wenn du an Heilbronn denkst? An Shoppen gehen und an viele Baustellen. Langsam wird es langsam ein bisschen überladen, einfach die Stadt, weil einfach gerade so viel gebaut wird, dass man dann nicht einfach so einen Park hinbauen kann oder so fände ich mal schöner. Für die jüngeren Menschen gibt es ja eigentlich fast gar nichts mehr. Dass es halt immer größer wird Heilbronn und dann sind hier mehr Menschen und dann gibt es mehr Konflikte und dann artet es halt schneller aus. Hier in Heilbronn hat es sehr viele aus anderen Kulturen. Ich bin auch mit sehr vielen befreundet, ich verstehe mich mit denen gut. Kriminalität ist halt sehr hoch in Heilbronn. Und ja, die Sauberkeit lässt auch manchmal zu wünschen übrig. Grundsätzlich glaube ich, dass man da so ein bisschen was auch falsch wahrnimmt vielleicht, weil rein von der Statistik her ist Heilbronn eine der sichersten Großstädte in Baden-Württemberg, seit vielen Jahren schon. Es ist ein schönes Städtchen. Ich finde die Weinkultur macht es ganz gemütlich und man merkt einfach, dass die Leute hier alle eigentlich relativ zufrieden sind. Also man merkt, dass es eine Stadt ist, wo viele Leute einen Job haben, dass es eine Stadt ist, wo relativ viel Geld da ist, auch um Sachen im Stadtbild zu verändern. Und die Ausstrahlung ist einfach eine positive. Ich denke, die Subkultur in Heilbronn ist relativ klein und tatsächlich schwach ausgeprägt. Es fehlt einfach an den Menschen, die hier leben, die sowas machen wollen. Es gibt hier viele Studenten, aber es gibt wenig geisteswissenschaftliche Studenten, die vielleicht mal die Uni Uni sein lassen und dann lieber ihre Zeit in so ein kreatives Projekt stecken, wie vielleicht in Leipzig oder Berlin. So, wir befinden uns jetzt hier auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung mit verschiedenen Bildungseinrichtungen, die 2011 eröffnet wurden. So, jetzt wo wir hier auf dem kleinen grünen Innenhof vom Bildungscampus in Heilbronn sitzen, würde mich natürlich vor allem interessieren, was die Hochschule so für eine Bedeutung für die Stadt hat. Ja, wir haben jetzt in Heilbronn zurzeit rund 7000 Studenten. Diese Zahl wird enorm steigen. In naher Zukunft wird die Zahl fünfstellig sein. Hier entstehen viele neue Gebäude. Das studentische Leben muss natürlich mitwachsen. Die Politik verwende gerne das Schlagwort von der Wissensstadt Heilbronn. Sozusagen so ein ganzer Gürtel hier von Bildungscampus, Campus Europaplatz, die Erweiterung. Und das Ganze trägt zu so einem Flair, so einem Bildungsflair bei. Und dadurch merkt man auch den Wandel von Heilbronn von der ehemaligen Industriestadt jetzt zu einer Wissensstadt. Wir sind gleich hier von draußen reingekommen. Das ist euer kleiner Shop. Erzähl mal kurz was dazu. Genau, das ist der Multimono-Kaufladen. Und im Rahmen von dem Komplex 23, von dem Hausprojekt, ja, ist auch dieser Laden mit entstanden. Und ja, wir gucken einfach, dass wir hier halt eigentlich größtenteils selbstgemachte Sachen anbieten. Beziehungsweise einfach auch bestimmte Sachen aus der Subkulturen da auf Szene. Hier in Heilbronn ist natürlich auch, ja, ein bisschen eine andere Geschichte. Man ist schon ein wenig, ja, in einer Region, wo vielleicht nicht so viel stattfindet, wo ein anderes Bewusstsein auch da ist. Und deswegen ist es für uns auch wichtig, gerade hier nach Heilbronn einfach auch so eine Plattform zu bieten. Einfach auch, ja, den Einblick in so eine Subkultur zu ermöglichen. Du hast das ja jetzt hier auch mitgegründet, das Ganze, den ganzen Komplex. Mich würde interessieren, was so deine Rolle für Heilbronn bedeutet. Also für mich war maßgeblich, dass ich hier leben möchte. Und ich, aber wenn ich irgendwo lebe, für mich entscheide, ich möchte dann auch dort was machen. Und ich bin immer so, verfolge auch den Gedanken für mich, wenn ich in der Stadt bin und ich habe das Gefühl, mir fehlt was, dann sollte man versuchen, diese Lücke zu füllen. Also zu sagen, es ist, hier passiert nichts und ach, ich ziehe weiter, das ist für mich keine Lösung. Du bist ja hier aufgewachsen. Ist es nach deiner Erinnerung und Erlebnissen schon so gewesen, dass du dir mehr gewünscht hättest? Man kann immer viel kritisieren, aber ich denke, deswegen sind wir auch hier, sind im Haus, dass man einfach gesagt hat, okay, das kulturelle Angebot ist vielleicht nicht das, das man sich wünscht. Und dementsprechend muss man einfach selber aktiv werden und sagen, okay, dann gucke ich, dass ich eine Plattform einfach aufbaue und wirklich dann auch die Angebote herhole, die mich auch selbst interessieren. Ein langer Tag geht zu Ende in Heilbronn. Wir haben wirklich alles gegeben, um die Stadt im Schnelldurchlauf zu entdecken. Ja, und das war es dann auch schon mit Heilbronn. Wir müssen jetzt nämlich noch weiter nach Halle düsen und es wird schon noch ein ganz schöner Trip heute Nacht. Aber wir haben ja Bock auf Abenteuer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.